Munitionsgewehr, kann ich eigentlich kurz nachladen? Kann ich da die Munition mitnehmen? Aber das Gausgewehr möchte ich eigentlich behalten. Hm, ich behalte das Gausgewehr. So, machen wir das so. Ich habe die zwei kleinen hier. Ich hoffe, das wird ausreichen. Ja, energiekritisch, das reicht. Und dann... Ich vermute mal... Ne, doch, wir müssen da rum, oder? So. Was? Maximal 10 und 5,2 Meter? Ich glaube, so groß sind wir nicht. Äh. I... Nein, 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 nein. Ja. Das war jetzt nicht so geplant. Hä, aber wie komme ich jetzt hier weiter? Hm. Okay, kurz mal abspeichern. Ich muss... Kann ich da... hoch. Vermutlich nein. Nein, das tust du steil. War irgendwie klar. Okay, da kommt die grüße Geflutwelle. Da brauche ich nicht hochgehen. Ich muss irgendwie da hochkommen. Ähm. So, machen wir mal ein bisschen höher. Vielleicht habe ich dann mehr Überblick. Was ich dann tun muss. Okay, hier sind Eisplatten. Am besten wäre es, wenn ich auf so eine Eisplatte kommen würde. So, von Eisplatte dann da drauf aufs Schiff. Sprich, ich muss da irgendwie jetzt drauf kommen. Und wie komme ich da am besten drauf? Hier vielleicht. Moment. Und... Höp. 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 Herr, energiekritisch. Macht ja nichts. So, dann hier. Und mal kurz Energie sammeln. Höp. abspeichern geschafft war doch gar nicht so schwer wenn man gewusst hätte wo man drauf sollte so sind wir denn hier verfolgen sich auf der anderen seite des trägers im moment außer gefecht ist machen sie schnell dann können sie vielleicht eingreifen bevor er weitermachen kann du bist dem wollte ich gar nicht erschießen der könne vielleicht zum moment hier rausgewehr mit skar austauschen das gar hätte jetzt natürlich was ich glaube ich tausche das präzisionsgewehr aus der auschen ok ok die sind voll ist okay das ist es gar doch was ist da noch schrothflinte ja ist recht jetzt da moment habe ich die impi granaten getauscht die noch mal so die stückgranate dann noch mehr das war es mit dir oh oh verdammt 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 oh nein verdammt von der eigenen granate shit hallo ja ja mach dich doch selber fertig sind sie denn so jetzt den habe ich so den auch jetzt ja halt die klappe da hinten shit shit auch auch andere waffe ja dann tauschen wir schnell aus schrot jetzt wie hier manch tut du wo ist es denn ja wo ist es denn wo ist es denn wo ja verdammt und mensch wo ist es so komm schon komm schon so moment jetzt muss ich mal kurz das visier hier wechseln weil da sieht man ja gar nichts so so jetzt hier da ist da besser so was habt ihr alles für waffen schrubfläne maschinenpistole austauschen ne schrubfläne behalte ich jetzt teil oder was liegt hier noch so rum schrubfläne mit maschinenpistole austauschen das ist doch machen nä wo was ist hier passiert es glüht ja immer noch krass aber wo ist so kalt es hallo schon wieder per schienpistole vielleicht soll ich es doch machen nein mach ich nicht hm was ist das ach das ist eis oder ja hallo ist hier jemand hallo wa was geht denn hä muss hier vorbei äh jetzt hier muss ah so geht es auch nein 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 oh nein 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 tarnfeld aktiviert je je tarnfeld aktiviert je tarnfeld aktiviert Nein! Jetzt bin ich für eine Vielfunktion betroffen. Wow! Oh shit, 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 shit! Deco! Nein! Nicht schon wieder! Komm! Ja! So, und jetzt kommt hier, da! Und du auch noch! Und du auch noch! So, nachladen. Na halt, nachladen. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. So, und du da hinten auch noch. So, weg. Nachladen. Da ist noch einer. Dich hole ich mir auch noch. Bäm! 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 Achso, der ist schon tot. So, ich bin jetzt nicht mehr da. Ja, ja, ist recht. Ich spreche kein Koreanisch. Muss schon in meiner Sprache reden, wenn du mir das sagen willst. So. Jetzt, wie oft denn noch? So, das war's jetzt aber. Was haben wir denn hier? Ach, dann nehmen wir es ja halt endlich. Vor allem, weil Munition hier ausgeht. Müsst du nicht auch? Mit Pistone. Ach, die ist schon voll. Ach, auch nicht schlecht. Okay, dann. Mensch, was war das eigentlich für eine Waffe da drüben? Maschinenpistole mit SCAR austauschen. Maschinenpistole voll. Splittergranaten nehmen. Und wir täuschen manchmal Splittergranaten. So, ich glaube, das passt jetzt. Speichern wäre nicht schlecht. Da ich vorhin gerade schon wieder fast umgekommen bin. Da britzelt's. Oh, ein Getränkeautomate. Äh, Automate. Automat. Gaußgewehr! SCAR! Gaußgewehr! SCAR! Moment, da drüben gab's noch meinen SCAR. Wir haben halt doch SCAR-Munition mit. SCAR? SCAR. Maschinenpistole. Gaußgewehr. Moment. Gauß... Nachladen. So, jetzt da. Ähm... Moment, wo ist denn SCAR nochmal hin? Nein. Das ist SCAR. Hab ich hier? Nein. Hat jemand Durst? Benutzen? Ah. Was zum Trinken für später. Hm. Und jetzt? Muss ich... Muss ich dann da drüber? Ach, da an dem du. Du schaust lustiger aus als ich. Ne, hier bin ich doch falsch. Gaußgewehr voll. Schruppflintig. Gaußgewehr... Ne. Hä? Muss ich jetzt... Ne, da muss ich lang. Ah, da muss ich lang. Den hat die Theke, oder? Nein. Ist das auch zu... Versteil. Moment. Kurz die Lackpeilen. Okay, hier sieht man ja wahnsinnig viel. Ähm... Nein. Ach, vielleicht hier rauf. Das wäre vielleicht ganz geschickt. Und... Hüpp. So. Schaut immer cool aus. So, dann kurz speichern. Oh, Mann. Team Hawk gefunden. Alle tot. Der Feind muss sie überrascht haben. Sie hatten keine Chance. Seien sie vorsichtig, okay? Okay, der schreckt mich immer voll. So, ich kann hier wahrscheinlich alles aber mit aufnehmen. Ein Gaußgewehr... Kann ich dich eigentlich nehmen? Nö. Muss ich denn hier schon... Findest du den Weg durch den Träger. Erledigt. Okay, hier muss ich wirklich hin. Wie kritisch. Emerson, ich sehe Colonel Lee. Nehme Verfolgung auf. Wo, wo, wo? Wo siehst du ihn? Du und sind lauter Typen. Sind das unsere oder sind das die Gegner? Seid ihr Gegner? Ich weiß es nicht. Hier sind überall Gegner. Also von dem her im Moment. Hier wird es rausgewählt. Hey! Hältst du die Klappe? Hält sich an wie Wasser. So, jetzt halt die Klappe. Was ist denn? So. Dann ist das auch besiegt. Und... Boom! Ich werde abgesch... Au! Ne, ich werde abgeschossen. Voll unfair. Ich habe kein... Mensch. Da! Halt doch die Klappe da hinten. So. Wo? Ich brauche jetzt eine Waffe. Ich hoffe das gar reicht. So. Hier hinten gibt es glaube ich nichts mehr. Da drüben liegen Leute. Die habe ich gerade erschossen. Scheiße! Wenn ich nicht aus dem Eis rauskomme sterbe ich. Prophet? Ich habe Friede. Ich brauche eine Wärmequelle! Hören Sie mich Prophet! Verdammt Prophet! Wo zum Te... Zum Teufel sind sie! Wo ist es? Wo ist er denn? Joaah! Ja. Kämpf du gegen die? Ich kümmere mich um die anderen. So. Oh das ist große. The big one! so big one oh verdammt die kleinen habe ich gemerkt wo ist das kleine was das kleine was das kleine das ist eine kleine das ist andere kleine komm kleines komm kleines gut gut ich tue dir doch nichts das war gelogen aber du tust mir was das was nicht gelogen ich bin nicht da jetzt bleibt mal stehen ich muss dich kriegen wegwerfen 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 oder ist noch eins da ist es doch nicht ganz dann ist es da wir sind wie viele sind denn da jetzt so weg damit ach komm mir bleibt auch nichts erspart